Hallo Leute! Willkommen! Es ist grusel Spaß mit Simmi. Das klingt so scheiße! Wir spielen heute... Was spielen wir denn? Ich weiß gar nicht was wir spielen. Ist auf jeden Fall ein Horrorspiel. Was spielen wir denn, Justin? Moment. Last night at home. Die letzte Nacht zu Hause. Click and hold to select a... Furniture. Do you swear after stay? Ja, du musst das Loch schließen. Mit... Du warst schon richtig. Du musst da hin. Da, das gedrückt halten. Das muss ich gedrückt halten? Linke Maustaste. Jetzt muss die Polizei rufen. Hilfe! Uff. Französisch. Oh, sehr exotisch. Bonsoir. Bonsoir. Achso, lol jetzt kannst du auch noch Sachen auswählen. Boah, zwar I need help. Something is trying to break into my house. Wiss ich zwar nichts von, aber gib ihm an. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Will mich jetzt hier jemand überfallen, oder was? Warte auf die Polizei. Oh nein, als ob ich jetzt alles blocken muss. Wo ist hier ein Loch? Hier. Mit was kann ich das blocken? Mit dem Schrank. Ja. Genau. Ey, warum ist denn das jetzt so? Weißen nicht Licht aus. Ah. Ist noch ein Loch. Verschwinde, hier gibt's nicht zu klauen. Da war da nicht immer noch ein Loch. Doch nicht, okay. Hör auf hier! Na, andere, oder doch? Ja doch. Ahhhh. Schon wieder ähm. Oh, dieses Arschloch. Oh Junge. Was mach ich? Na ja, andere Seite. Andere Seite. Hier? Ja. Ach Scheiße. Ich piss mir gleich. Ja! In die Hose! So bin ich gestorben. Ja, dann bin ich jetzt dran. Du darfst jetzt ja. Ja. Hehehehe. Ja, wo, 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 wo? Ja, schon auf jeden Fall ein cooles Spielprinzip. Ja, man muss warten bis die Polizei kommt. Und man darf nicht. Okay. Oh, leh. Legium, jo. Oh, der Scheiß Einbrecher. Hä? Okay. Okay. Oh, Junge. Das Licht ist wieder aus. Da wird ja auch die ganzen Wände kaputt gemacht, der Depp. Äh, was? Was? Als ob. Das muss reichen. Reicht. Wo? Noch eins. Ja. Ja, ja, ja. Das andere Loch ist immer noch vorhanden? Oh Gott. Oh mein Gott. Äh, wo ist denn jetzt hier noch ein Loch? Da. Da. Er hat überall Löcher rein, du. Oh. Da. Ah. Nein. Mach schnell zu. Oh. 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 Sofa. Das Bett blockt, glaube ich. Oh. Gott sei Dank. Ne. Ne. Es blockt nichts. Bin sogar sehr gut dabei. Boah. Hier. Los. Hä? Alter. Ja, bitte machen sie auf. Kommen sie rein. Oh. Polizei. Ich habe die Nacht überlebt, aber ich habe mich nie wieder sicher gefühlt. Ah. Fertig. Easy. Ach. Geil. Und was gibst du dem Game? Für eine Punktzahl von eins bis zehn? Acht. Und das Spielprinzip? Acht. Ja. Acht. Ich würde so sagen so sechs, so sechs würde ich vergeben. Es war aber trotzdem ein cooles Spiel. Cooles. Ich habe mich schon in die Hosen gepisst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.